Willkommen in der neuen Welt von IONOS und Sphäre. Dahinter steht der Zusammenschluss des deutschen Marktführers 1&1 Internet mit dem Cloud-Spezialist Lego Bricks. Unter diesem Kunden präsentieren wir Ihnen ein neues IONOS-orientiertes Technologieunternehmen auf Niveau. IONOS steht für Schaffendes, für Neues, für Handelnd. IONOS steht auch für die Grundbegriffe der Informatik und somit stellt für unser Handeln, unsere Werte und unsere 1&1. Unsere Mission? Erdefreundliche Anwendungen, mit denen Unternehmen jeder Größe auf dem Weg in die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse nicht optimal unterstützt werden. Dabei kommen unsere Erfahrung und Kompetenz aus den Tiefenweiten des Alls, sondern begannen vor drei Jahren auf der Kompetenz mit der Gründung von Lego Bricks. Nach Jahren des 2010s investierte 1&1 Wachstums in das damalige Start-up Profit Ring. Beide Unternehmen bringen stetig Innovationen auf den Markt. Und deshalb gehen wir jetzt den nächsten Schritt in eine neue IONOS. 1&1 SOS. Für unsere Kunden wird es dadurch noch viel auch fragen, die neuesten Cloud-Technologien zu nutzen. 1&2 SOS Soni 5. Und die Musik 5. Und die Musik 7. Und die Musik 7. Und die Musik 8. Und die Musik 1&4 SOS 0 4. Und die Musik 12. und die Musik 5. Und die Musik 15. Und die Taylor 22. Und jetzt 33. Und wie